Gallus ist ein hundertprozentiges Doktorunternehmen der Heidelberger Druckmaschinen AG und beschäftigt weltweit 420 Mitarbeiter, davon 260 in der Schweiz. Wir sind Marktführer in der Entwicklung, in der Produktion und im Vertrieb von schmalbahnigen Rolledruckmaschinen, spezialisiert für den professionellen Etikettendruck. In der Evaluierung eines neuen Systems haben wir verschiedene Merkmale betrachtet. Unter anderem war das eine zentrale Kundendatenverwaltung, ein durchgehendes Chancenmanagement mit einer Offerterstellung innerhalb des Systems, mit einem Konfigurator und einer Kalkulation für jedes einzelne Projekt. Für uns ist wichtig, dass der Produktkonfigurator ein Teil des neuen Systems ist. Denn jede andere Lösung hat einen grossen Aufwand für Schnittstellenprogrammierung erfordert. Zudem sind unsere Maschinen sehr modular aufgebaut und sehr flexibel in der Anwendung, wo uns ein Produktkonfigurator unterstützt, damit wir Konfigurationskonflikte später in den fertigen Maschinen vermeiden können. Der grösste Nutzen bei uns im Vertrieb ist ganz klar der durchgehende Prozess innerhalb des NAV. Das bedeutet von der ersten Anfrage des Kunden bis zur Installation der Maschine beim Kunden. Alpha Solutions haben wir im gesamten Projekt als sehr kompetenten und zuverlässigen Partner kennengelernt, insbesondere dann auch in der Implementation und in der Umsetzung innerhalb unserer Firma. Nachdem wir jetzt seit ca. dreiviertel Jahren mit diesem System arbeiten, bin ich mir ganz sicher, dass wir uns für das richtige Produkt und den richtigen Partner entschieden haben. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir auch in Zukunft mit Alpha Solutions noch weitere Projekte umsetzen werden.